Der Bruder Medardus Zu Hersfeld im Kloster, der Prior sprach. Der Bruder Medardus ward alt und schwach. Ich glaube, sein Stündlein ist heute gekommen. Geh, Bruder Beichtger, hinein zu dem Frommen, Vernimm das Geständnis von seinen Sünden. Er, der unsträflich an Worten und Taten, Was kann Medardus an Sünden verraten? Er hat gefastet, er hat sich kastheit, Wohl vorbereitet zur Seligkeit. Er ist der Heiligste von uns allen Und wird dem Allmächtigen wohlgefallen. Was Menschen herzen, nicht fassen noch sehen, Dort oben ist einer, der wird es verstehen. Er hat gesprochen, mein ist das Gericht. Geht beten, ihr Brüder, und rechtet nicht.